Ja, Namaste. Mein Name ist Vedamulti von Yoga Vidya in Köln. Ja, vor einigen Monaten entstand die Idee, einen Kurs zu kreieren, der in Vedic Chanting unsere Sanskrit-Grammatik einführt. Ja, und das ist jetzt wahr geworden. Ab 21. April beginnen diese Kurse. Chantala Sri Ramaya aus Brüssel und Dr. Oliver Hahn werden diese Einführungen unterrichten. Es ist eine besondere, gute Gelegenheit, Sanskrit und Chanting zu studieren. Oliver, sag ein paar Worte zu dir. Wie siehst du das? Ja, hallo, Namaste. Ich bin Oliver. Ich bin Yoga-Lehrer und Indologe und arbeite schon einige Jahre lang am Vermitteln des Sanskrit, auch mit Yoga Vidya zusammen und freue mich sehr auf diese Gemeinschaftsproduktion mit der Chantala. Sie wird also als ordinal indische, ausgebildete Rezitatorin der vedischen Literatur diese traditionelle Aussprache eins zu eins ganz genau vermitteln. Und ich werde sozusagen ergänzend dann mehr auf die Inhalte, auf die Grammatik, auf die Strukturen der Worte eingehen, so dass man das auch nachvollziehen kann, wie die Sanskrit-Sprache eigentlich funktioniert. Und da bin ich sehr gespannt drauf und ist wirklich sehr zu empfehlen, diese beiden Kurse in der Kombination zu machen. Da hat man den größten Nutzen heraus. Ja, herzlichen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Um Shanti. Um Shanti.